Einen wunderschönen guten Morgen Freitag, Tag 5 nach dem Wettkampf, Tag 2 nach dem SWR 3 im Fernseh-Live-Auftritt. Wie man sehen kann, sind meine Gesichtszüge schon wesentlich entspannter, klar, Stress ist ein bisschen abgefallen. Es stehen nur noch zwei, bitte nicht drei Fotoshootings an, die wir noch abarbeiten müssen, wobei das kein Müssen ist, das macht man frei, das macht ja auch Spaß. Es gibt auch tolle Fotos und ihr wisst bzw. habt bestimmt schon mal mitgelesen, ich bin kein Fan von Fast Food, kein Fan von Dingen, die mein Körper nicht unbedingt braucht und somit gönne ich mir natürlich auch in der Off-Season was Feines zum Essen. Und meine Zwischenmahlzeiten, die sind immer unter Berücksichtigung, dass sie mir helfen im Bereich dessen, was ich tue, im Sportbereich und dass sie natürlich auch im Rahmen der Gesundheit ausgewogen sind. Und aus diesen Gründen gibt es bei mir folgendes als Zwischenmahlzeit. So, wie man hier sehen kann, einmal eine Pancake-Mischung von MyPro5 mit Hafermehl, dann zwei Volleier rein, bin ja jetzt in der Aufbau-Regenerationsphase, mit Myzellaren-Carsin, wird das Ganze aufgepackt, mit Badille schmeckt am besten. Und dazu gibt es eine Handvoll Nüsse. Ja, einen Kaffee gibt es natürlich auch dazu. Und das werde ich mir jetzt gleich richten, Zubereitungszeit 5 Minuten und schon habe ich eine perfekte Zwischenmahlzeit. Was will man mehr? Wünsche euch einen schönen Freitag bzw. ein schönes Wochenende, eventuell kommt nochmals was Wochenende in Form von Clips zum Thema Ernährung, bin mir nicht sicher. Wünsche euch ein schönes Wochenende, Andreas Tridenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, deine Fitness, meine Aufgabe. Wolfgang